Hallo, wir erobern Berlin! Und mit ihnen knapp 41.000 Läufer. Am frühen Morgen pilgerten viele vom Potsdamer Platz Richtung Startpunkt vor dem Brandenburger Tor. Kurz vor dem Lauf waren die Teilnehmer ziemlich aufgeregt. Ich denke mal, es ist der größte in Deutschland und deswegen freue ich mich schon noch, weil es heute mein erster ist. Und dann ging es los. 41,195 Kilometer lagen nun vor ihnen. Aber für die Teilnehmer und besonders für die Berliner stand fest, dabei sein ist alles. Und das mit lautstarker Unterstützung von Freunden und Verwandten. Wir freuen uns jetzt erstmal jeden an, der hier vorbeikommt. Und im ganz speziellen bei den Läufer. Ein Mann für unseren Vater. Ja, ich bin der bekannte Michel und Thur de Combe aus Frankreich. Und komme ich zum 26 Mal nach Berlin, um die Läufer und das Publikum anzufeuern. Entlang der Strecke feuerten Trommlergruppen die Marathonläufer kräftig an. Kurz vor dem Ziel warteten die Zuschauer schon ungeduldig. Und dann kam er. Trinitisch feierten sie ihren Liebling, heile Gebre Selassie, der nach zwei Stunden, sechs Minuten und acht Sekunden die Ziellinie überlief. Knapp 18 Minuten später machte die schnellste Frau, Azzede Besouje, den äthiopischen Doppelsieg perfekt. Applaus 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 Applaus